Hallo zusammen, hier ist wieder der Trill mit einem weiteren Smoke Tutorial. Heute zeige ich euch eine relativ coole One-Way-Smoke für Mirage in der oberen Mitte hier. Die Smoke, die hat der Fantasy mir gezeigt. Ich werde seinen Kanal auch in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar ist das eine Smoke, mit der ihr den Döner bzw. auch den Connector und auch kurz pieken könnt, ohne dabei gesehen zu werden. Und zwar springt ihr dafür hier auf diese Müllsäcke, könnt dann hier langsam durch die Smoke pieken und seht dann da die Gegner. Kurz klappt das auch, wenn man hier weiter rum piekt und vorher keinen Döner gesehen hat. Und kann dann eben den Döner-Spieler aus dem Spiel nehmen. So, ich versuche das jetzt mal zu simulieren, indem ich hier noch ein Bot hinstelle, um euch mal die andere Sicht auch zu zeigen. Smoke ist ultra einfach zu werfen. Ich zeige euch nachher auch noch ein paar Matchmaking-Szenen. Weil ich den relativ oft gespielt habe im 24-Stunden-Stream, sodass ich euch ein paar Live-Szenen davon zeigen kann. Und ihr seht, der Bot, der da Mitte oben jetzt steht, macht den Den mal eben weg, den kann man nicht sehen. Andersrum, das war die Position, wo ich gerade auch stand, wo der Bot hier steht. Ich konnte durch die Smoke gucken und hier eben die beiden Spieler im Döner sehen. Smoke ist ganz einfach zu werfen. Dann zeige ich euch direkt. Zwar geht ihr hier die Mitte hoch und habt ihr diese... Ja, das sind keine richtigen Stufen, aber ihr seht hier diese Betonstreben, die einmal quer rüber gehen. Da geht ihr hier ganz einfach zu der vorletzten. Hockt euch auf der Höhe dieser Betonstrebe mittig vor die Wand. und aimt dann genau auf diese Kante, wo der Vorsprung hier diesen kleinen Knick macht. Genau hier oben an die Kante aimt ihr dran von dieser Position aus und werft die Smoke ganz einfach. Die springt dann hier ab, bleibt dann hier liegen. Jetzt wird der Bot mich hier natürlich blocken. Kann ich leider nicht wegmachen, aber so muss die Smoke dann liegen. Und dann hockt ihr euch ganz einfach hier oben auf die Müllsäcke. Sneakt langsam hier rum. Um dann eben hier die Spieler sehen zu können. Also nochmal gezeigt, ganz einfaches Smoke. Diesen Betonbalken hier lokalisieren, mittig vor die Wand hocken, da dran aimen. Und dann eben auf diese Stelle aimen, wo bei diesem Vorsprung hier dieser kleine Knick abgeht. Smoke werfen, dann wartet ihr kurz. Könntet dazu vielleicht noch eine Flash hier in die Mitte werfen. Springt hier auf den Müllsack und sneakt hier langsam hoch. Das Gute ist, hier ist auch so ein unsichtbarer Block drauf, dass ihr hier schön smooth rüberlaufen könnt. Und pickt dann so nach und nach die Position ab. Und wenn ihr einen seht, könnt ihr den relativ einfach aus dem Spiel nehmen. Aus der CT-Sicht. Einmal die Smoke gezeigt. Die sieht so ein bisschen aus wie eine verunglückte Smoke, die hier irgendwie kurz liegen bleiben sollte. Hier vorne, damit man hier durchspringen kann. Also ich habe die wirklich einige Male gespielt im 24-Stunden-Stream. Und ihr werdet jetzt gleich die Szenen sehen. Ja, das sind nur Szenen aus dem 24-Stunden-Stream. Und die hat eigentlich jedes Mal geklappt, die Smoke. Wenn ich keinen gesehen habe, konnte ich halt Mitte durchlaufen. Wenn ich einen gesehen habe, habe ich den in den allermeisten Fällen geholt. Und ja, hat einfach wirklich gut geklappt, die Smoke. Könnt ihr ja selber mal ausprobieren. Und hier sind auch mal die Szenen aus dem 24-Stunden-Stream davon. Das ist doch nicht. Sag mir, wenn du Mitte erhöht, was? Ich ende, weil B haus ab. Mitte down. Schön. Oh, wie du siehst. Einer Jungle. Hier, Connector, Connector. Down. Schön. Connector down. Boah. Inner down, neue. Mit der A, oder was? Schau. Boah, T ist vorne. Toll, Erika. Das ist so, Erika. Was ist das denn, Alter? Ich bin aber auch drüber drauf, Alter. Das ist so komisch. Der ist A wieder. Rechts im Dinger, glaube ich. Nice, Mann. Freddy, nimm mal, du Bombe. Ich grüße mich mal auf. Lass mal hier Fuß noch mal. Ja, der Heftmann, das ist aber nur Smoke. Lock mich jetzt nicht drumrum, du Wichser. Was rechts? Rechts noch. Immer noch rechts. Schön. Das ist doch, ey. Schmeckt die Smoke, oder? Ah, und Spotty-Gool. Haha. Möchtend, die One-Way-Spoch. Ja, ich bin nicht so.